Johnny Hill ist Sänger, Komponist, Autor und Geschichtenerzähler. Nun hat er wieder ein berührendes Album für sie produziert. Der Wind bläst eisig kalt und draußen liegt schon Schnee. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Nee, ganz langsam wird man alt, auch ich weiß, wo ich steh. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Sag, wer vermisst mich, wenn ich irgendwann mal geh? Wenn ich diese wunderbare Welt von oben seh? Schon der Gedanke, er tut so weh. Sag, wer vermisst mich, wenn ich irgendwann mal geh? Jedes einzelne dieser Lieder beinhaltet eine Geschichte. Du warst für mich die erste Wahl, geh mit dir alles noch einmal. Wohin uns unser Weg aufführt, ich wusste es nicht, hab es gespürt. Du warst für mich die erste Wahl, warst und bist mein Sonnenstrahl. Da könnte, weiß Gott, was geschehen, wir werden alles überstehen. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Mit seinen Liedern macht der Menschen Mut und bewegt ihre Herzen. Ich bin doch auch kein Stern im All, doch hätte ich die freie Wahl, Dann wär' ich gern dein Rettungsboot, das dich bewahrt vor großer Not. Drum bin ich auch kein Nachtexpress, man schafft so viel, auch ohne Stress. Ich wär' so gern das Kerzenlicht, das sich in deinen Augen bricht. Drum lehn' dich einfach bei mir an, ich bin viel mehr als nur dein Mann. Ich bin ein Freund, der alles gibt und der dich über alles liebt. Drum lehn' dich einfach bei mir an, ich mache alles, was ich kann. Auch wenn es was Verrücktes ist, ich will nur, dass du glücklich bist. Sichern Sie sich jetzt, das neue Album von Johnny Hill. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Für nur 17,95 Euro. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie. Johnny Hill. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Bei unserer kostenfreien Telefon-Hotline 00800 11 800 800 oder im Online-Shop von Melodie Express. Sag, wer vermisst mich, es war wie Magie, wir sahen uns beide nur an. Es war Liebe auf den ersten Blick, heute denk ich mit Wehmut daran. Doch jedes Feuer wird einmal zur Glut, die dann auch irgendwann ganz verglüht. Haben wir beide das übersehen, was mit dir und mir geschieht. Ich weiß nicht mehr, warum mit uns auf einmal nichts mehr lief. Aus einem wunderbaren Sommerhof wurde ein kaltes Winter tief. Vielleicht war ich verdammt zu stolz, versuchte dich nicht zu verstehen. Ich hab mit dir den besten Freund verlor'n. Genießen Sie die wunderbar sanfte Stimme von Johnny Hill. Ich hab dann geglaubt, an ein Leben mit dir. Und ich hab es geschafft, dich überzeugt, an ein Leben mit mir. Abschließend freuen wir uns auf die deutsche Interpretation des Welthits My Way. Ich weiß, es gab so manches Mal nach einem Hoch, manch tiefes Tal. Ich hab so oft darauf gehofft, ich hab's gefühlt und doch verspielt. Hab viel gefragt und doch versagt. Sichern Sie sich jetzt, das neue Album von Johnny Hill. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Für nur 17,95 Euro. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie. Johnny Hill. Sag, wer vermisst mich, wenn ich geh? Bei unserer kostenfreien Telefonhotline 00800 11 800 800. Oder im Online-Shop von Melody Express. Sag, wer vermisst mich.